Ich hab Leute was gesagt, wir machen einen Block. Domi macht's grad warm, was strengt sich hier dran. Keine Ahnung, wie so. Hier bin ich. Ich nerv' den grad übel. Ich glaub, der will nur in Ruhe trainieren. Und dann denkst du, was macht der irgendwie was schönes wieder? Ähm... Was willst du von mir in Ruhe? Lass mich doch einfach trainieren, du kleiner Spasti. Äh... Ja. Das sind ungefähr die Gedanken gewesen wahrscheinlich von ihm. NANI?! An dieser Stelle bin ich fast verrückt. Das war's mit dem kleinen Vlog. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst eine Bewertung und ein Kommentar da. Ciao, ciao.